Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, das nächste Verschwörungstheorie-Video. Wenn man sich die Steine so anschaut, warum? Warum haben sie hier diese Längsfugen? Das schaut aus wie übereinandergelegt, genauso hier. Hier sieht man das genau abgegrenzt. Das ist für mich nicht natürlich. Wie gesagt, meine Verschwörungstheorie. Oder hier vorne sieht man das hier nicht so gut. Aber für mich ist das halt eben möglicherweise x-tausende Jahre alt und schwerst verwittert. Und dann schauen die Steine halt so aus, wenn sie jahrtausendelang im... Schnee und Regen und Eis ausgesetzt sind. Gut, Ende. Die sind mächtig. Ein bisschen abstoßen. Ende. 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 Vielen Dank.